Ich hab mir gerade... Warte mal hier, das Bild wurde gerade gemacht Auch noch ganz nice Und jetzt wo ich Fuchsi gerade sehe mit seinen blonden Haaren An alle die Dingens geguckt haben Prison Break Erinnert mich so ein bisschen an T-Bag Von Prison Break Ich suche euch mal ein passendes Bild dazu raus Dann könnt ihr schon mal sehen, was euch erwartet Ja, das passt, oder? Das hier Wow Das ist viel zu dunkel Ich schreit drauf, oder? Ja, los Aber ihr kennt T-Bag Genau, also so ähnlich sieht es echt aus Wow Was würdest du machen, wenn du 10k gewinnen würdest im Gewinnspiel? Meinst du Relife Geld oder Gold in game? Was meint der? Vor allem das bleibt so, ne? Traumhaft Zum Glück stecke ich nicht in deiner Haut gerade Ja Ich glaube, ich würde erstmal richtig hart feiern gehen Wenn ich 10k gewinnen würde Ganz klar Jetzt noch Lippenstift und er sieht wie eine Lesbe aus Wir sollen Chatroulette machen Ja Lass dich das emotional gerade so hart Geht doch voll D- change Hm, wie wärs wenn wir jetzt die Try Not To Laugh Challenge machen? Weiß ich nicht so Ich würde am liebsten einfach ein bisschen chillen, Alter Hast du, hab ich schon das Bild gezeigt? Ja, hab ich Oh, herrlich Äh, that's right, ich glaube, das schaffe ich nicht Sehr gerne Also generell war geplant, dass wir meine Haare rot färben für drei Tage Das hat nicht so gut geklappt, meine Haare sahen danach komplett braun aus Und jetzt habe ich mir das angetan Ey, ohne Scheiß, das hält Monate Das wächst raus Und Haare wegwachsen pro Monat einen Zentimeter Meine Haare sind, was weiß ich Zehn Zentimeter lang, ich kann, glaube ich, kündigen Kurz an Zehn ist so Die sind schon mega lang, ne? Das sind fünf bis sieben Alter, aber das hält locker Vier Monate locker Naja, das tut man nicht für die Kinder Meerdonaktions-PLS-Leute Geile Aktion heute Geile Haare Ich bin raus Gute Nacht Vielen Dank für die 15 Euro, Vanessa Ich wünsche dir auch eine ganz, ganz angenehme Nacht Und Schön, dass du heute da warst Schön, dass du so viel für die Kinder möglich gemacht hast Oder möglich machst Ähm Ich update das hier nochmal kurz